Egal wo man hinhört, das Thema Drehen im Golfschwung ist ein absolutes Top-Thema für jeden Golfer. Immer wieder hört man, ich möchte mehr drehen, möchte mich besser drehen und und und. Aber das Witzige ist, was ich finde, die meisten Golfer haben eine komplett falsche Vorstellung, wie Drehen überhaupt passiert. In dem heutigen Video möchte ich ein paar Mythen auflösen und die erklären, wie man es richtig macht. Viele Golfer haben die Vorstellung, dass im Abschwung zuerst das Becken dreht, dann kommt die Oberkörperdrehung hinterher, dann kommen die Hände und Arme und am Schluss kommt der Schläger. Das ist zwar technisch gesehen vollkommen richtig, aber diese Vorstellung, dass das Ganze sequentiell passiert, ist eine, die wirklich für die meisten Golfer nicht sehr gut ist. Die Wahrheit ist die, dass der Zeitunterschied zwischen der Beckenrotation im Abschwung und der Oberkörperrotation nur 5 Millisekunden sind. Und die Arme folgen ca. 5 Millisekunden später ebenso. Das heißt, das ist eine so kurze Zeitspanne, dass man eigentlich von einem fast gleichzeitigen Ereignis sprechen kann. Wenn der Golfer nun sich darauf konzentriert, dass er das Becken feiern möchte, den Oberkörper hinten nachdrehen möchte und dann die Arme ganz am Schluss, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, dass das keine effiziente Art ist, den Ball zu schlagen, weil der Abschwung ohnehin nur 0,25 Sekunden dauert. Hier möchte ich heute mit dir besprechen, wie das Ganze genau funktioniert und werde hier einige Mythen brechen. Ja, der Mythos Hüftdrehung ist so eine Sache. Das Gemeine an der Sache ist, es gibt zwei verschiedene Arten, wie man die Hüfte bzw. das Becken drehen kann. Nämlich eine falsche Art und eine absolut effiziente, wertvolle Art. Und die ineffiziente Art, also die Art, die wir nicht wollen, ist, dass wir im Abschwung versuchen, eigentlich nur den Oberschenkelknochen, so kann man sich das vorstellen, nach hinten zu drücken. Wenn ich das mache, dann entsteht zwar der Look, das Aussehen einer Beckendrehung hier, aber das ist absolut ineffizient, also ich kann das wirklich so vorzeigen, dass du es auch sehen kannst. Wunderschöner Schwung, wirst du dir denken, aber ich kann dir versichern, das war nicht effizient. Ich habe nichts anderes gemacht, als meinen Oberschenkelknochen nach hinten zu drücken. Ich zeige dir jetzt eine zweite Variante, nämlich die bessere, die schaut so aus. Ja, jetzt wirst du dir vielleicht denken, okay, was ist da anders? Es ist komplett anders. Und zwar, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe zuerst im frühen Abschwung den Druck hier vorne auf den Fußballen reindrücken lassen. Ich habe hier reingedrückt und genauso wie beim Basketball, wenn jemand hier dribbelt und einem dann wirft, der geht zuerst in die Knie runter und drückt sich dann raus. Oder der Tennisspieler, der einen Aufschlag macht, der zuerst in die Knie geht und dann raus geht, habe ich genauso wie diese Spieler in diesen Sportarten mich genauso wieder rausgedrückt. Und durch dieses Rausdrücken, dieses Springen aus dem Boden, das drückt mein Becken nach hinten und das erzeugt die Rotation. Das heißt, die Drehung des Beckens ist somit keine aktive Bewegung. Was du nicht machen möchtest, ist, dass du hier stehst und versuchst, künstlich zu drehen. Das versucht nämlich jeder. Du möchtest wirklich schauen, dass du die Druckverteilung richtig hast, dass der Druck in den Fußballen reingeht, dass dich der Boden zurückdrückt. Und da machst du das effizient, weil dann nämlich hast du mehr Rotationsgeschwindigkeit und das ist einfach eine wesentlich saubere und konstantere Bewegung. Ich zeige dir jetzt noch einen super Gedanken, der mir wahnsinnig hilft bei der Sache, den du ja als Übung machen kannst, aber genauso auch als Schwunggedanke für den Platz. Und zwar mir gefällt sehr, sehr gut, dass wenn man hier im Abschwung reinkommt, im Übergang hier, dass man versucht, die Zehenspitzen im vorderen Fuß durch die Schuhkappe quasi durchzudrücken. Also wenn ich jetzt hier bin, versuche ich, die Zehenspitzen rein in den Schuh zu rahmen. Ich versuche, das Gefühl zu haben, dass die Zehenspitzen gleich rauskommen aus dem Schuh. Das gibt mir das Gefühl, dass ich den Druck vorne am Fußballen habe. Dann habe ich eine gute Angriffsfläche, dass mich jetzt der Boden quasi zurückdrücken kann durch diese Sprungbewegung. Und das ist der Weg, wie man Golf spielt. Und wenn ich jetzt hier dann stehe, brauche ich nur denken, da reindrücken durch die Zehenspitzen. Und du hast gesehen, ich habe es jetzt ganz extrem gemacht. Wenn man es ganz extrem macht, geht sogar der Fuß so richtig zurück und dreht sich aus. Und so gehört das gemacht und so sieht man es auch bei den besten Longhittern der Welt. Und bleib bitte unbedingt bis zum Schluss dran, denn am Ende habe ich wie gewohnt meine Bonus-Sektion, wo ich dir eine tolle Übung zeige, wie du deine Hüftdrehung perfekt verbessern kannst. So kommen wir zum nächsten Mythos, nämlich die Oberkörperdrehung. Ja, technisch stimmt es zwar, der Oberkörper dreht im Durchschwung, keine Frage. Aber das Gefühl Oberkörperdrehen ist etwas, was den meisten Golfern wirklich nicht hilft. Es tut ihnen wirklich keinen Gefallen. Viel besser als das Wort Drehen, finde ich, das Wort Beugen des Oberkörpers im Schwung. Was meine ich damit? Wenn du jetzt hier im Setup bist, dann siehst du, dass mein Oberkörper so 30 bis 40 Grad nach vorne gebeugt ist. Das ist ganz normal. Wenn ich jetzt aufschwinge und mein Körper wieder gerade ist, muss mein primäres Ziel sein, dass ich wieder in die Ausgangsstellung zurückkomme, bis die Hände, ja, circa hier sind im Abschwung. Das heißt, ich gehe von einer geraden Position in eine nach vorne gebeugte Position. Ich zeige dir das mal hier vor. Zack. So, und du kannst sehen, dass ich jetzt wieder in der exakt selben Position bin wie im Setup. Aber was zusätzlich noch passiert ist, und das hast du quasi gratis dazu bekommen, wenn du hier schaust, meine Oberkörperdrehung ging automatisch mit. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, ich muss jetzt irgendwas drehen. Das ist ein Beiprodukt von der Beugung nach vorne. Das Einzige, was du tun musst, um deinen Körper erfolgreich zu drehen im Abschwung ist, dass du dich darauf konzentrierst, dass du wieder in die Ausgangsstellung zurückkommst. Und dann ist es ganz leicht zum Ball hin wirklich schön geöffnet zu sein, dass man diese Position bekommt, wie man es bei vielen tollen Golfern sieht. So, sprechen wir jetzt über die Arme im Abschwung. Eine ganz wichtige Sache. Und da ist auch ein ganz brutaler Mythos hier drin behaftet. Und zwar, es heißt ja immer, man soll aufschwingen und die Hände oder die Arme so lange oben lassen, wie es geht. Dann dreht ihn der Körper und dann kommt der Schläger oder die Arme ganz spät hinten nach. Und ich möchte, dass dir klar ist, dass die Arme nicht als ein Resultat der Fliehkräfte hinunterkommen, sondern es ist etwas, was du als Golfer selber aktiv machen musst. Die Arme gehen aktiv runter, weil du als Golfer Kraft auf die Arme gibst. Lass mich das ein bisschen genauer erklären. Wir haben ja vorhin gesprochen über den Oberkörper, über diese Beugung retour und dass das die Oberkörperrotation auslöst. Du musst dir ja vorstellen, dass ja in der Aufschwung der Schläger noch ein bisschen rauf geht mit den Händen. Und wenn dann dieser abrupte Richtungswechsel hier ist, dann sind die Arme träge. Die wollen eigentlich noch in die andere Richtung. Durch diesen Wechsel hier drückt es dann den Arm so ein wenig gegen die Brust. Man sagt ja im Englischen dazu, das ist der Shoulder Stretch. Oder einfach, du musst dir einfach vorstellen, die Schulter wird hier gedehnt durch diesen Effekt. Und da glaubt man eben oft, jetzt muss man warten, warten, im Becken drehen und dann am Schluss kommen die Hände nach. Ich sage dir, nein. Sobald dieser Moment ist, musst du aktiv die Arme runtergeben. Der Golfer selber gibt Kraft auf den Schläger und du wartest nicht. Würdest du nämlich warten auf den Schläger, passieren genau zwei Sachen. Und die sind wirklich sehr, sehr häufig. Die erste Sache ist, wenn ich jetzt nichts mache, ich bleibe nur hier, dann geht der Schläger immer mehr hinaus und du schlagst die Bälle von außen nach innen. Das würde einen Slice erzeugen. Ganz schlecht. Oder die zweite Variante ist, das passiert dann eher bei besseren Spielern, die dann den Ball nicht leißen, aber die Hände versuchen umzulassen. Die beginnen dann, dass sie am rechten Fußhänger bleiben und fangen an, mit der linken Schulter früh rauf zu kippen und bleiben hier stecken. Weil sie wollen ja nicht das machen, sondern machen das. Und das macht dann große Kontaktprobleme, erzeugt Hooks und und und. Also für dich bitte ab jetzt im Abschwung die Arme aktiv starten. Wir kommen jetzt zur Bonus-Sektion. Wenn dir dieses Video gefallen hat, möchte ich dich bitten, dass du den Kanal abonnierst und die Glocke daneben auch anklickst. Und ich habe hier eine ganz tolle Übung, die dir helfen wird, dein Becken besser zu drehen. Du kannst dich erinnern, noch bei Punkt 1 vorhin, als wir über die Beckendrehung gesprochen haben, habe ich ja gesagt, dass der Druck vorne in den Fußball reinkommt und dass wir uns von dort wieder wegdrücken, wegspringen. Und da gibt es eine Übung, die nenne ich der Hotstepper und die gebe ich ganz gerne auf als Hausübung für die Golfer, die ich trainiere, auch die Profigolfer übrigens, also die ist sehr, sehr beliebt. Und zwar, du stellst dich hin an meinem Anfang, schwingst auf und während des Aufschwungs gehst du mit dem linken Fuß mal nach vorne. Okay, das ist der erste Teil der Übung. Wenn du das machst, achtest du darauf, dass du schon hineindrückst in den Boden, dass du versuchst, die Zehennägel, wie wir gesagt haben, durch den Schuh durchzudrücken. Okay, das ist das Gefühl, was ich hier im Aufschwung bereits habe. Zack. Okay, jetzt wirst du dir denken, okay, wenn der Schläger hier ist und der Fuß da ist, dann haue ich mir selber in den Fuß rein. Jetzt kommt es eben, jetzt musst du dich wegdrücken wieder. Das heißt, genauso wie beim Basketball oder beim Tennis, du musst dich von hier wieder wegdrücken und der Fuß bewegt sich wieder zurück. Das heißt, das schaut dann so aus. Der Fuß geht nach vorne und drückt mich zurück. Du siehst, die Schwinge noch nicht durch. Hier rein und drückt mich zurück. So, und wenn du das Gefühl dafür hast, dann kannst du mal langsam beginnen, auch zu schwingen dabei. Das schaut dann so aus. Wenn du dann Vertrauen dazu hast, kannst du beginnen, mal Bälle zu schlagen. Und das ist eine Übung, bei der habe ich dann ganz tolle Fortschritte gesehen, dass eben die Golfe, die diese machen, dann sich wesentlich leichter tun, sich dann vom Boden wegzudrücken, um dann ihr Becken effizienter und schneller zu bewegen. Passend zu diesem Video möchte ich dir auch noch dieses Video empfehlen. Da geht es um die Beinarbeit im Aufschwung. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann drüben gleich auf der anderen Seite. Tschüss. So, jetzt. Vielen Dank.